Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Song of Horror. Ja, in dem Horrorhaus da hinten waren wir in der letzten Folge. Also wer das nicht gesehen hat, gerne nochmal anschauen. Und wir sind jetzt auf dem Weg erstmal wieder Richtung Beichtstuhl, denn dort soll man unsere dritte und vielleicht sogar letzte Beichte abgeben. Mal gucken, ob wir da noch eine Tarotkarte oder irgendwas anderes Schnuckerdiges bekommen. Von dem Typen, der anscheinend da drin sitzt und das ganze Zeit auswirft. Keine Ahnung, wie das läuft. Und dann müssen wir da ganz unten, man sieht es ganz da unten, wo der Pfeil jetzt ist. Da ist noch der Ofen. Und da werden wir die Wachsfigur einschmelzen, die wir gefunden haben in dem Haus da hinten in der letzten Folge. Das heißt, da bekommen wir unseren letzten und vierten Schlüssel. Und das wiederum heißt, wir können endlich die verschlossene Tür öffnen. Die Tür, wo das größte Übel von allem versperrt sein soll. Ich wollte gerade schon einen anderen Weg einschlagen. Gut, dass er sich es anders überlegt hat. So, es hätte er mit mir klarkommen müssen. So, jetzt lieber nicht so vorlaut reden, sonst kacke ich mich gleich wieder an. Bei der nächsten, beim nächsten Minigame. Okay. Mittlerweile kennen wir schon ein bisschen aus in dem Ganzen hier. Natürlich jetzt nicht wirklich gut, weil das echt ein riesen, riesen, riesen Gebiet ist. Zum Beispiel, weiß ich schon wieder nicht, wo wir hingehen sollen. Wir müssen hier rein. So, vom Friedhof habe ich gerade nochmal herausgefunden. Das war jetzt nicht so die Weltaufgabe. Das ging ganz easy. Und jetzt bin ich gespannt, bekommen wir noch so eine Karte? Bringt uns das überhaupt was mit den Karten? Ist das vielleicht wieder so eine kleine Nebenmission, die man machen kann für eine Errungenschaft? Wer ist der im Beichtstuhl da überhaupt? Wer sitzt denn da drin? 80 Jahre war hier keiner, aber der Beichtstuhl ist besetzt. Passt ja irgendwas nicht. Tatsächlich. Hm, der Door haben wir hier. Achso. Dann die Stille und die Tür. Was? Kann ja irgendwie nicht sein. Der Silence ist die Stille. Die Dunkelheit, das stimmt irgendwie nicht. Okay, anscheinend können wir hier doch noch was holen. Ja, vielleicht bekommen wir ja noch irgendwas, wenn wir die Tür da oben öffnen. Keine Ahnung. Keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Wir werden es rausfinden. Drei Weichten haben wir schon abgegeben. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen mit dem Feuer spielen. Das war ganz da unten die Tür. Ah, da hat man da wieder ganz schwer, wenn er jetzt drei Türen geöffnet hat. Der Profisportler. Weißt du, mit der Grey sind wir hier rumgerannt. Der hat ihre Jacke noch drei Viertel offen gehabt. Gefroren, wie weiß ich nicht was. Hat aber nicht so rumgeatmet. So erschöpft. Der geht drei Schritte und kippt schon fast um. War das jetzt hier überhaupt? Äh. Bisschen falsch gegangen. Da war der Weg, der uns da durchgeführt hat. Aber ich glaube, das Tor ist ja schon wieder zu. Das haben wir ja nicht offen gelassen. Ja, ja, ja. Das war hier. Von der, von der Werksküche. Und dann nach unten zweimal die Doppeltür. Das merke ich mal gerade noch. Das ist gerade noch drin. Ja, Doppeltür ist das hier. Äh, Doppeltür. Oh. Das merke ich mal gerade noch. Und geht erstmal vor in die falsche Richtung. Ha. Die eine Tür, wenn ich die jetzt aufgemacht hätte, hätte eh den Tod bedeutet. Denn dort wartet ja die Dunkelheit auf uns. Weißt du, hast ja so viele Türen im ganzen Spiel. Und gerade hinter einer einzigen wartet die Dunkelheit. Da sieht man mal wieder, wie wichtig es ist, doch bei jeder Tür nochmal genau hinzuhören. So. Das heisst, einmal die Wachsfigur und einmal das Feuer entfachen. Cool so ein Ding. Wird der Schlüssel dann brennheiß sein? Kann er den jetzt überhaupt angreifen? Und der Wachsfigur war in den Schlüssel angeschlossen. Soll ich ihn mitnehmen? Ja, natürlich. Aber der ist doch sauheiß. Ha, 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 ha. Ich denke, dass der Schlüssel abgekühlt ist. Soll ich ihn jetzt mitnehmen? Nö, jetzt lass ihn liegen. Ein verzierter Schlüssel, der dem Abt gehört. Ein relativ flacher Schlüssel, der dem Abt der Abtei Sankt Cecilia, Peter Agua, Peter vom Pater Aguano gehört. Ich könnte mich leicht an diesen rostigen Teilen schneiden. Glauben wir nicht, dass das funktionieren wird. Ja, dachte ich schon, dass jetzt wieder so ein Spruch kommt. So, das heißt, wir können gleich mal hier lang. Denn die Tür, durch die wir hindurch gehen sollen, ist ja eben... Wie ich gewusst habe, dass jetzt gleich wieder was passiert. Scheiße. Das muss doch nicht so rum hier. Ich behühe mich doch voll. Verzieh dich. Ah, der Alte hier. Provoziert es auch noch herauf, dass der direkt vor uns steht. Ja, ja. Na, wenn du so doof rumhustest, mich wundert's nicht. Ich hab mich voll bemüht. Und der... So. Kollege, wo müssen wir lang? Da hinten. Ja, ja. Jetzt kreu ich dich erst mal aus hier. War das hier lang? Ah, ja, genau, 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 genau. Dann da durch den komischen, gruseligen Gang. Und dann nach oben. Ja, das war wahnsinnige Anstrengung. Ich hoffe, die Stärken sind in guter Form. Wir waren zum Glück schon oben. Wir waren zum Glück schon oben und mussten dann wieder umkehren. Eben, weil die Tür zu war. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir alle Schlüssel, alle vier, die benötigt werden. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn wir die Tür da oben öffnen. Wir werden's jetzt aber tun. So. Okay, das ist ein Rätselkreis gerade auf meiner Höhe. Farbe in Farbe zu stecken. Hä? Na herzlichen. Oh. Oh. Na, das ist ja mal cool. Da kommt er doch tatsächlich rein. Die Tür wird er nicht aufbekommen haben. Wie gesagt, die könnten ja alle durch den, durch die Spalte, 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 weiß ich gar nicht reinkommen. Wo die sonst auch, der ist ja irgendwo reingekrochen. Ähm, Grace ist irgendwo reingekommen. Er muss jetzt auch irgendwo reingekommen sein. Hätten ja von Anfang an alle dort durchkommen können. Anstatt die Tür gewaltsam öffnen zu versuchen, was eh nicht funktioniert. Na gut, dann versuchen wir's mal mit Daniel. Das heißt auch, sollte da drin was passieren, gibt es kein Zurück mehr. Die wenigstens das Feuerzeug mitnehmen können. Hat er denn eine Taschenlampe. Oh. Hat's der auch schon versucht? Eui, 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 eui. Haben wir da ne Karte? Oh. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn verschiedene Türen. Na gut. Ich probiere trotzdem mal jede aus. Sie muss von der anderen Seite blockiert sein. Das kann ja der Hascha auch gemacht haben. Oh. Okay, die geht auf. Ich geh, ne. Ich geh erstmal alle anderen durchprobieren. Ich möcht schon gucken, ob wir da vielleicht noch irgendwas Spannendes haben. Danke, dass du die Tür blockiert hast, die auch immer du bist. Ich will immer nicht wissen, was auf der anderen Seite ist. Ui. Kommen wir da rein? Oh, tatsächlich. Na, weißt du was? Dann schauen wir uns doch mal ein bisschen um. Pure Verzweiflung. Nicht mehr und nicht weniger. Werde ich der Nächste sein? Das werden die Schlafkammern gewesen sein. Ich weiß gar nicht, ob wir mit ihm auch hier waren, mit Sebastian. Wir haben ja hier kurzzeitig gespielt. Und wir saßen zum Schluss vor einem Spiel und haben geschaut. Oh, das war, glaube ich, der Spiel hier. Gut, dann gucken wir uns erstmal woanders um. Ja, und haben geschaut, wie lange wir noch Zeit haben. Bis uns die Dunkelheit auch übermannt. So, das heißt, da waren wir drin. Ein paar Türen sind noch. Mir fehlen die Worte, um das hier zu beschreiben. Irrationales Gekritzel, wahllos und verwirrt. Wahrscheinlich von den Mönchen, die hier drin gefangen waren. Da geht's doch noch um die Ecke, oder was? Oder war das der hier? Der Raum? Nee, ich glaube, das war ein anderer Raum. Ein zerbrochener Spiegel. Wie immer, es ist immer dasselbe. Ja, da unten haben wir ein paar andere. Habt ihr den doch gar nicht gesehen, wo er hereingekommen ist? Da unten beim Brunnen stehen doch vier normale Spiegel. Wir haben sogar einen mit, falls der eine kommt. So, wo geht's denn hier hin? Okay, nach unten kommen wir nicht. Sehr gut. Es wäre für mich viel einfacher, wenn mir die ganze Wand eingefallen wäre. Ah, und da sind wir jetzt. Genau, 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 da sind wir jetzt. Da hat er die Tür zugemacht. Okay, das heißt, es ist jetzt hinter dem verbargadierten Fenster müsste das sein. Die Tür, wo wir reingehen. Das heißt, die hier. Genau. Und da schauen wir jetzt mal, was wir da bei dem Spiegel tun können. Ah, der ist auch zerbrochen. Oh, oh, oh. Oh, ich kann nichts seltsames erkennen. Huch, der Hascha ist weg. Hast du gerade gesehen? Der ist weggeploppt. Ich bin fast überrascht, im Spiegel den Raum zu sehen, in dem ich mich befinde. Hm. Hascha. Er hat das nicht geschafft. Er muss schon seit Tagen tot sein. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich ahne nichts. Oh. Boah, ich wollte gerade noch hören, ob er da durchgehen soll. Argos Le Grand, Tagebuch von Argos Le Grand, Reflektionen und Erfahrungen des Erbauers der Spieluhr. Ich werde es später lesen, jetzt muss ich hier raus. Oh, 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 oh. Lieber Gott, ich kenne dieses Gesicht. Ich habe es in meinen Albträumen gesehen. Wer ist dieses Mädchen? Und warum wirkt es so, als könnte sie mich nicht mal sehen? Vielleicht, weil genau das der Fall ist. Was zeichnet die denn da? Irgendwo anders. Kommen wir wieder zurück. Schau. Verdammt, es wird nicht öffnen. Oh Gott. Na gut, dann gehen wir mal halt hier lang und gucken mal, wie weit wir kommen. Und das war ja genau der richtige Weg. Ich glaube, ich verliere meinen Verstand. Ein Spiegel. Boah, ich dachte, das war es jetzt mit uns. Oh, ich habe gerade nochmal Glück gehabt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dahinter irgendwas wartet. Ich höre trotzdem halt mal. So, was ist da? Alles, was ich durch das Fenster sehen kann, ist ein schwaches, grünes Licht, jetzt in der Ferne schimmert. Wo bin ich? Wäre mal interessant gewesen, wenn wir da mit Oma reingegangen wären. Sagt er bei jedem Fenster das gleiche? Ja, bei dem sagt er gar nichts. Da ist nichts. Absolut gar nichts. Und ich glaube, das ist eine Tür, die ist richtig für uns. Herr Neuer, seid ihr alles gut? Habt ihr ihn gefunden, Sebastian? Herr Finnegan, ich... Sebastian ist tot. Was? Oh, mein Gott! Wie? Ich bin sorry. Ich... Shit. Ich bin weg, bitte. Ich habe nicht viel Zeit. Sebastian. Wait. Was bedeutet, dass du nicht viel Zeit hast? Er hat das gleiche gesagt, auf dem Weg hier. Und ich... Jesus! Wenn ich nur mehr Zeit verraten, wenn ich nur etwas getan habe. Ich glaube, ich glaube, es gibt nichts, was du wirklich getan hast. Vielleicht. Vielleicht. Aber... Vielleicht kann ich etwas für dich tun. Danke. All I need right now is to get out of here. On our way, then. We spent hours looking for grace, but found nothing, nothing but lost tracks in the snow and fading footprints. And yet the signs were there. Deep down, a part of me already knew there was nothing left but unanswered questions and sheer darkness. Husha died in there, trapped. He probably struggled and screamed until he went mad, trying to find a way out of that godforsaken place. Like me, only, in his case, nobody got there in time, nobody got there in time. I imagine he thought that there was a quicker way to go, the same way that father chose. And maybe, I would have done the same in his place. What I saw myself do in that mirror was just too much. Is this what lies ahead? Maybe I already know it, but I'm trying to hide it from myself. Maybe deep down, I know it's a hideous omen of what the future has in store for me. Maybe I know that, like everyone who's come across that cursed box, I too will take my own life. That I would rather surrender to death than face whatever it is that lingers behind that infernal melody. I should burn that thing. Make that melody vanish from the face of the earth. But what about Ariadne? She's alive. What if only the box can stop this? I can't destroy it without knowing for sure. Maybe there's something in Legrand's diary. Oh god, I need to rest and gather my thoughts. I need to sleep. I can only hope that the nightmares won't be as horrible as real life. Ja und damit sind wir auch wieder im Hauptmenü von Song of Horror Episode 5 der Schrecken und das Lied Episode 5. Die letzte Episode, die wartet noch auf uns und die schauen wir uns an in der nächsten Folge. Ich habe eingangs gesagt, also ich habe das Ganze wieder in einer Aufnahmesession aufgenommen hier, habe ich eingangs gesagt, dass die Episode ein bisschen länger geht. Ich habe mir nämlich ursprünglich mal angeschaut, das mache ich bei jedem Spiel, dass ich mir ursprünglich mal anschaut, wie lange geht das so circa, damit ich mir das eben einteilen kann. Ist ja nicht nur mein einziges Projekt, das läuft ja immer ein bisschen was parallel, also zwei, drei Spiele laufen immer parallel, damit ich mir so einteilen kann. Dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das. Habe ich mir halt angeschaut, wie lange das geht und da stand sowas von sieben bis acht Stunden und dann gab es eben auch Episoden, die gingen nur um die drei Stunden. Lustigerweise habe ich es bis jetzt bei jeder Episode geschafft, dass es genau acht Folgen werden. Wir sind jetzt hier bei Folge 32, wir haben aufgehört bei Kapitel 1 bei Folge 8, dann bei Folge 16, dann bei Folge 24, dann bei Folge 32. Ich habe keinen Plan, warum ich das immer genau so schaffe, es ist echt lustig, ich bin gespannt, ob das bei Kapitel 5 genauso wird, also bei Episode 5, das Schrecken und das Lied, ob ich da genau wieder acht Folgen zusammenbringe. Wir werden es rausfinden, wir werden es rausfinden in den nächsten Folgen, wie viele auch immer es sein werden. Ja und das war Episode 4. Wir haben Hascha gesucht, wir haben ihn gefunden, nur leider nicht mehr so, wie wir ihn gerne hätten finden sollen. Wäre interessant gewesen, wenn man ihn vielleicht mitnehmen hätten können, das heißt so Huckepack tragen, ob der dann vielleicht, ob der vielleicht nur in der Realität tot ist oder ob man ihn vielleicht retten kann, wenn man ihn wieder in die normale Realität, sage ich jetzt quasi, zurückholt. Weiß ich nicht. Jetzt hat man auch noch kurz in der Zwischensequenz zum Schluss gesehen, ich glaube der Färber war das, der sich da erhängt hat, der stand plötzlich wieder unten. Das ist auch ganz komisch, also ich weiß nicht, ob der vielleicht lebt, der auch noch, vielleicht finden wir da auch noch was raus in der nächsten Folge, in der nächsten Folge, in der nächsten Episode. Wir werden schauen, was da noch alles auf uns zukommen wird in Episode 5, der Schrecken und das Lied. Ich bin schon sehr gespannt, ich mache jetzt mal eine kleine Aufnahmesession Pause und ich würde mal sagen, in so ein paar Tagen werde ich dann auch noch die letzte Episode aufnehmen. Ihr bekommt natürlich da morgen auch gleich die nächste Folge präsentiert und da starten wir dann schon rein in Episode 5 von Let's Play Song of Horror. Danke dir auf jeden Fall fürs Zusehen von dieser Folge und wir sehen uns morgen wieder in einer neuen Folge und in Episode Nummer 5. Bis dahin, tschüss.